In Bad Blumau fand das 21. Lauffestival des MSC Robner Bad Blumau statt. Bei optimalen Bedingungen nahmen über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Sportveranstaltung im Thermen- und Vulkanland in Angriff. Wir sehen hier in der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland. Unsere Strecke führt hier vom Ortszentrum in Bad Blumau durch das Areal der Therme Blumau und entlang des Saarfenbaches wieder zurück. Hier, wer einen Halbmarathon laufen möchte, läuft diese Strecke viermal. Also der Multisportclub Brogner Bad Blumau engagiert sich schon seit Jahren für die Sportbegeisterten hier in der Region. Und die Investition in die Gesundheit ist die beste, die man tätigen kann. Ich kann nur jeden dazu animieren, die Laufschuhe anzuziehen und sich zu bewegen. Wir brauchen Gesundheit und alles, was diese Region hier zu bieten hat, ist einfach großartig. Hinter dem Lauf steht der örtliche Multisportclub, der mit über 60 Helferinnen und Helfern für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Ja, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Heute alleine sind circa 60 bis 80 Mitglieder des Vereins tätig bei der Lave-Station, bei der Essensausgabe, bei der Startnummernausgabe und so weiter. Und dazu nochmal um die 30 Feuerwehrleute, die die Strecke absichern. Wir sind ja irgendwie eine große Familie, wenn man schaut. Ich bin ja 2020, wie der Verein gegründet ist, habe ich gar nicht gewusst, dass Blumauer diesen Verein hat. Aber durch die Freundschaft bin ich über den Wurchen-Kauerhans dazukommen. Und jetzt sind wir Freunde geworden von Leuten, die wir gar nicht gekannt haben. Unser Verein geht ja über 100, 200 Kilometer von unseren Gemeindengrenzen hinaus. Angefeuert von den Zuschauern machten sich die Teilnehmer auf den Rundkurs, der auch durch das Rognerbad Blumau führte. Wir haben sehr viele Gäste, die den Laufevent besuchen, aber auch das Kombinieren mit einem tollen Aufenthalt bei uns in den heißen Quellen im Rognerbad Blumau. Aber sie besuchen auch sehr vielseitig die Region. Hier in der Erlebnisregion Dermen und Vulkanland haben wir unzählige Möglichkeiten, hier die Zeit zu verbringen, von den kulinarischen Gegebenheiten bis hin zu den besonderen Plätzen. Also es ist alles da, was das Herz begehrt. Warum sollte er nächstes Jahr mit dabei sein? Weil es möglicherweise eine der schönsten Laufveranstaltungen von ganz Österreich ist. Mit Livemusik, mit guter Verköstigung, mit Kinderbetreuung, ein Event für die ganze Familie. Das Lauffestival des MSC Rognerbad Blumau. Ein sportlicher Genuss im Thermen- und Vulkanland. Das Lauffestival des MSC Gegebenheiten